Du bist süß, Dankeschön, Nettel. Hat der gerade wirklich seine Telefonnummer hier reingeschrieben? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Wie alt bist du? Ich bin 24. Guten Morgen. Morgen. Als was arbeitest du? Ich arbeite als Rechtsanwaltsfachangestellte, Leute. Deswegen haben wir so beschissenen Öffnungszeiten. Mykonos, yes, I will. I will. For sure, I will. Wie alt bist du? Ich bin 24. Achso, ja, ich habe mein Alter aus meiner Bio rausgenommen. Ich habe jetzt nämlich Team Polska anders geschaltet. Wir sind nämlich Team Polska. Und Team Schmetterling. Ihr seid ihr meine Schmetterlinge. Hast du einen Freund? Ja. Willkommen zu Greece, Mykonos, dear friend. Thank you. I will visit Mykonos for sure. I heard a lot of good things about Mykonos. Habt euch lieb, Leute. Ich habe euch alle lieb. Und das wisst ihr. Ihr seid alle einfach Herzensmenschen. Wir sind einfach 42,6 K, Leute. Wir waren heute noch, gestern Abend noch, als ich den Stream beendet habe. 42,3. Das heißt, wir haben gerade 300 Follower gemacht. Seid ihr eigentlich geisteskrank? Was macht ihr mit mir? Marius. Marius. Markus, ich schwöre. Marius schreibt rein und ich sage Markus. Markus, danke schön für die Schmetterlinge. Ich fühle dich geknutscht. Die hier sind. Du brauchst Modes, die hier sind. Ja, brauche ich. Aber wieso? Ich möchte auch nicht, dass... Ich habe sehr viele Moderatoren, die hier alles irgendwie... Die hier alle irgendwie stumm. Und ich finde es irgendwie... Hello, hello. Team Polska. Yes. Wir sind Team Polska. Meine Lieben. Bist du aus Sebisk? Wo ist das? Ich bin aus Berlin. Stecki. Bis Tags. Danke schön für die Hosen. Morgen. Morgen, morgen. Guten Morgen. Willst du Kinder haben? Ja. Grüße aus der Schweiz. Grüße aus Berlin. Kommst du aus Polen? Ja. Also ich bin mit sieben hierher gekommen. Ich bin in Polen geboren worden. Und bin mit sieben... ...nach Deutschland gekommen. Hallöchen. Magst du Hunde? Ich habe einen Hund zu Hause und... ...gebt mir schon ein bisschen auf den Senker. Dankeschön. Leute, ich schwöre euch. Ich küsse eure Seelen. Dankeschön für die ganzen Follows. Und für den ganzen Support. Für die ganzen Likes. Es ist Mokitsche. Ich jagd am. Ich jagd am. Könntest du jetzt nicht Polatze tut das haben? Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Bist du vergeben? Ja. In Berlin. In Berlin, Deutschland. Berlin. Ja, und für Moderatoren, da brauche ich Leute, die wirklich auch jedes Mal hier sind. Hallo Roy. Wie geht's? Ja, da brauche ich halt wirklich Leute, die halt immer hier sind. Okay, ich drücke dich, pass auf dich auf. Mache ich... ...mein Bauch. Wo hast du dein Tattoo gemacht? Die beiden habe ich hier gemacht. In Berlin, bei einer Freundin. Und die anderen habe ich in Polen, in Stettin gemacht. Äh, in... ...Subiza. Ich bin in Griechenland. Malek, nice. Sehr geil. Pratsawak, na? Tschöne. Danke. Deine Augen schön. Dankeschön. Ja, hallo. What's up? Ja, Mosella, das stimmt. Du bist immer da. Hallo. Hey, 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 mein Lieben. Ja, also unser Ziel... Markus, ich küsse doch deine Seele. Dankeschön. Und ich wollte gerade sagen, unser Ziel sind die drei Amoren. Die Amoren für unsere Liebe. Die für unsere... Die für unsere Teamliebe stehen. Oh, Mistax. Dankeschön. Dankeschön für die Rose. Und ich wollte gerade sagen, Arme. Und dann kam die Koralle und dann konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich bin 24. Ich bin 24. und dann fatto, dass ihr da seid. Vielen Dank. Der ist die Frage. Die Box devrait clearer.